Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe alle, als Bekannten des Fachbereichs, aber auch als Zuständige für das schöne Programm Theologie Interkulturell, darf ich Sie sehr herzlich begrüßen hier heute Abend in voller Runde. Ich begrüße diejenigen, die auch zu den Gründern von Theologie Interkulturellen zählen, die das hier vor jetzt inzwischen fast 40 Jahren aufgebaut haben. Ich begrüße die Neustürkommenden, ich begrüße die Menschen, die das tatsächlich auch als Seminarveranstaltung, um Leistungsnachweise erwerben zu wollen, einfach deswegen hier vorbeigekommen sind. Ich begrüße vielleicht auch, ich weiß es nicht genau, Vertreter innen des Zentralinstituts für interdisziplinäre Arbeiterforschung, die uns freundlicherweise auch im Programm ja unterstützen. Ich begrüße aber vor allen Dingen dich, lieber Rodrigue, unseren diesjährigen Gastprofessor Dr. Rodrigue Nathangat. Ich kriege den Dreh ja nicht mehr raus. Ich bin froh, dass ich dich inzwischen mit dem Vornamen ansprechen darf. Also nochmal, Rodrigue Nathangat, der aus Côte d'Ivoire, aus Abidjan, zu uns gekommen ist. Und ich glaube, wir haben eine gute neue Tradition begründet, nämlich, dass ich zunächst, bevor der Gastprofessor kommt, in das entsprechende Landreise und mal persönlich Kontakt aufnehmen. Das hat mir sehr gut gefallen. Insofern freue ich mich, dass wir dich hier jetzt für dieses Semester für verschiedenste Lehrveranstaltungen haben. Ich möchte Ihnen zwei Sätze zur Person zumindest sagen. Rodrigue Nathangat arbeitet am Institut der Theologie de la Compagnie de Jesus in Abidjan. Das klingt schon nach Jesuit, das ist auch ein Jesuit. Und insofern hat er auch verschiedenste Verbindungen nach Frankfurt. Im Moment ist er auch in der Kommunität in St. Georgen untergebracht und hat auch dort, wie auch hier an der Goethe-Universität, unter anderem studiert. Aber ich gehe nochmal einen Schritt wieder zurück. Nämlich geboren ist er in Chad. Er ist in Schönland-Kamerun in den Orden eingetreten. Das war 1999. Du bist dann weitergezogen, hast unter anderem auch Philosophie studiert im Kongo und Theologie schon in Abidjan, also deiner heutigen Wirkungsstätte auf dem großen Campus. Du bist zum Priester geweiht worden im Jahr 2010 und warst aber auch danach noch in Frankfurt, nicht nur um die Kommotion dann hier anzuschließen im Bereich der systematischen Theologie, sondern auch, um nochmal ein Wunschfach zu studieren, ein Fach, das dich seit langen Begleitungen auch beschäftigt und was auch immer eine Rolle spielt in deinen Forschungen, nämlich die Ethnologie hier an der Goethe-Universität. Insofern bist du auch mit der Goethe-Universität hier sehr vertraut. Ich könnte sicherlich noch einiges Biografisches anfügen, aber ich weiß, dass du auch gleich in deiner eigenen Vorstellung zu Beginn deiner Vorlesung noch auf Biografisches zurückkommen wirst. Deswegen belasse ich es bei den akademischen Dingen und nenne noch zumindest den Titel der Dissertation, die zum Thema Offenbarung interkulturell, die dogmatische Konstitution, die Werbung im Dialog mit dem Christusmodell von Fabien-Ebusy-Boulagar erschienen ist und publiziert wurde, auch auf Deutsch erschienen ist. Und in deinen derzeitigen Forschungen beschäftigst du dich eben darüber hinaus, also nicht nur mit bestimmten systematisch-theologischen Ansätzen im Gespräch mit anderen Theologien, sondern auch mit der Situation christlicher und anderer religiöser Gemeinschaften in der Sahelzone, einer Zone, zu der wir gleich bestimmt lernen werden, verschiedenste Länder zählen, die nicht nur von Konflikten, aber auch von zahlreichen Konflikten geprägt sind und die zum Teil auch eben zu den ersten Ländern der Welt zählen, aber trotzdem glaube ich uns viel zu bieten haben in unserem interkulturellen Austausch, in unserem Austausch hier im Rahmen unseres Programmes. Das alles wird gleich noch näher vorgestellt werden. Ich möchte trotzdem noch mal verweisen auf die Flyer, die inzwischen schon rumgegangen sind. Also die Termine der Vorlesung finden Sie auf dem Grünflyer nochmal hinten aufgelistet mit den einzelnen Themen. Sie finden auch noch eine Einladung zu dem noch verfügbaren, ist noch buchbar, den Kurs Resultation Interreligious and Intercultural. Das ist ein englischsprachiger Kurs, der im Hybridformat stattfinden wird. Also Sie können sich auch per Zoom dazu zuschalten. Wenn Sie eine Mail an mich richten, dann wird das ganz einfach möglich sein. Also Sie können natürlich auch in Persona vor Ort teilnehmen. Also auch hier hoffen wir, dass vielleicht auch aus deinem Netzwerk aus verschiedensten afrikanischen Ländern sich Studierende dazuschalten. Vielleicht klappt es. Wir lassen uns überraschen. Am Donnerstag geht es los. Herzliche Einladung auch dazu. Das Begleitseminar zu dieser Vorlesung beginnt in der kommenden Woche. Also wer vertiefende Texte noch zu den hervorgetragenen lesen möchte, ist auch dort. Herzlich willkommen. Ich belasse es bei diesen wenigen Vorgemerkungen über das, was Theologie interkulturell ausmacht, gibt es ja eigentlich auch am besten immer derjenige Auskunft, der diese Gastprofessur wahrnimmt und seine Themen, seine Kontexte hier einbringt und hier vorstellt. Insofern möchte ich nur noch einen einzigen Hinweis geben. Wir haben ein neues Format, das wir etablieren möchten. Es nennt sich THI Talk. Da wird auch der etwas größere Empfang für das diesjährige Programm sein. Der THI Talk ist terminiert auf dem 5. Dezember. Also 5. Dezember, ein Tag vor Nikolaus. Da sind sie alle, auch sonst, aber da sind sie alle besonders herzlich nochmal gekommen, sodass wir auch da nochmal Gelegenheit haben werden in unserem Austausch. Und da werden wir also auch tatsächlich versuchen, im Gespräch mit zwei Vertreterinnen des Instituts für islamische Studien oder Studien der Religion und der Kultur des Islam, hier das Gespräch über die Konflikte oder die Auseinandersetzungen in der Sahelzone auch zu relationieren, in Beziehung zu setzen mit Themen und Programmatiken, die uns in Bezug auf die Frage von religiösen Identitäten und ihren politischen Kontexten auch hier in unseren Landen und in Deutschland und Europa beschäftigen und befassen. Also das Herzliche Einladungsprogramm ist auch rumgegangen. Jetzt ende ich und übergebe sehr gerne an dich und freue mich auf die Eröffnung deiner Vorlesung. Herzlich Willkommen, vielen Dank. Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, bei Euch allen bedanken, die mich eingeladen und vieles auf Euch genommen haben, damit ich hier stehen darf, kann. Also mein Dank geht an erster Stelle an die Dekanin des Fachbereichs katholischer Theologie der Goethe-Universität, Professorin Anja Middelbeck-Fawik und an ihr Team. Mein Dank geht auch an Professor Tobias Specker, SJ und an die ganze Sankt-Georna-Kommunität, Jesuiten-Kommunität, die mich für die Zeit dieser Vorlesung freundlich aufgenommen haben und beim Kollegium des Fachbereichs sowie bei allen Mitarbeitern, die mich alle in ihrer Mitte willkommen heißen, möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Vielen Dank. Ja, Dankbarkeit, Dankbarkeit und Freude erfüllten mich, als ich die Einladung bekam, die diesjährige Gastdocentur des Lehr- und Forschungsprogramms Theologie interkulturell, des Fachbereichs katholischer Theologie der Goethe-Universität zu übernehmen. Bis vor acht Jahren noch kam ich regelmäßig zu den Lehrveranstaltungen dieses Programms dazu, hier im Nebengebäude. Ich promovierte in systematischer Theologie, wie Anja eben gesagt hat, an der philosophisch-theologischen Hochschule St. Georgen und war zugleich Student am Institut für Ethnologie hier an der Goethe-Universität. So durfte ich im Laufe der Jahre die Vorlesungen von mehreren Gastprofessoren hören, nämlich des indischen Philosophen und Theologen Anan Amaladas, des deutschen Theologen und Missionaren im Japan, Louis Guthainz, des kongolesischen Philosophen, Literaturwissenschaftlers und Theologen Bonifaz Mabansa, sowie der deutschen Theologin und Missionarin in Peru, Birgit Weiler. Und auch der freundliche Empfang von Professor Thomas Schreieck und die inspirierenden Gespräche mit den Anwesenden, unter anderem den emeritierten Professoren Pius Silla, Michael Raske und auch Johannes Hoffmann, der auch heute willkommen ist. Das habe ich in guter Erinnerung behalten. Nun darf auch ich, nun darf auch ich dieses wichtiges Rendezvous unseres Faches gestalten, welch eine Ehre. Das ist für mich wirklich eine Ehre und vielen Dank dafür. Aber noch dankbarer bin ich, wenn ich an meinen prominenten Vorgänger denke. Wie etwa den kongolesischen Theologen Benizet Bujo, demgegenüber jeden afrikanischen Theologen der neuen Generation Ehre erweisen sollte, wie man so schön bei uns zu sagen pflegt, aufgrund seines mittlerweile unvermeidlich gewordenen Beitrags in der afrikanischen Theologie. Und neben Bujo möchte ich unbedingt auch namentlich den US-amerikanischen Theologen und Missionswissenschaftler Robert Schreiter erwähnen, dessen Gedanken zur Kirche und Universalität habe ich in meiner Dissertation, das Buch lasse ich gleich, damit Sie das Buch auch sehen können, also diese Gedanken zur Kirche und Universalität habe ich in meiner Dissertation übernommen, und zwar im Dialog mit meinem sehr hilfsbereiten, aber mittlerweile verstorbenen Mitbruder Medat Kehl und auch im Dialog mit dem Universalitätsverständnis des Theologen, Philosophen und auch mittlerweile verstorbenen Theologen aus Kamerun, Fabien Ebussy-Boulaga. Ja, und ein Wort des Dankes möchte ich auch an Professor Franz Gemeiner-Pranzel aus der Universität Salzburg richten, der mich stets ermuntert hat, im wissenschaftlichen und interkulturellen Dialog zu bleiben, und zwar mit Kollegen aus dem deutschsprachigen Raum, denn das ist nicht selbstverständlich. trotz der Vielzahl an Verpflichtungen am Theologischen Institut der Gesellschaft Jesu, ITCJ, wo ich seit meiner Promotion tätig bin. Also ich bin ihm auch, auch ihm bin ich sehr dankbar. Und zum Schluss dieses Dankwortes wünsche ich vom Herzen, dass Sie alle, die zu dieser Vorlesung kommen und kommen werden, etwas von dem mitbekommen, was uns, die jüngere Generation von afrikanischen Theologen und Wissenschaftlern, grundlegend bewegt, mitbekommen. Und ich freue mich schon sehr auf die Gespräche, die wir miteinander haben werden. Dazu erlauben Sie mir zweierlei Dinge, zweierlei Dinge zu sagen, die bei all den Themen, die wir besprechen werden, mitschwingen werden. Und die sozusagen den Standort oder die Perspektive, aus der diese Vorlesung vorbereitet wurde, vermitteln und auch, so hoffe ich, verdeutlichen. Also zum einen möchte ich sagen, zu meiner Person, dass ich aus dem Tschad komme, einem Land, das von der Sahelzone durchdrungen ist und irgendwie im Schicksal, in Einführungszeichen, Schicksal dieser afrikanischen Zone befangen ist. Zwar habe ich mehrere Jahre meines Lebens außerhalb der Stadt gelebt, aber meine Geschichte bleibt diesem Land sehr verbunden. Allein schon aus dem Grund, dass ich mitten im Krieg geboren bin. Und das ist leider der Fall vieler Freunde, jüngere Angehörige der sogenannten jüngeren Generation afrikanischer Wissenschaftler, Angehörige. Ich habe diese Erfahrung wirklich tief in mir, diese Erfahrung ist wirklich tief in mir eingedrungen. Und in meiner wissenschaftlichen Tätigkeit hat das immer eine Bedeutung gehabt. Also ich hatte immer dieses Bedürfnis gefühlt, mich damit auseinanderzusetzen und so habe ich die These vertreten, dass es in diesem kriegerischen Zustand nicht so sehr um einen sogenannten Stammeskrieg oder um die Folge einer dauernden Gegnerschaft zwischen Muslimen des nördlichen Teils des Landes und Christen beziehungsweise Anhänger der traditionell afrikanischen Religion des südlichen Teils des Landes geht. Eigentlich in Wirklichkeit geht es vielmehr um den Erhalt beziehungsweise den Zugang zur politischen beziehungsweise geopolitischen Macht und um die Kontrolle wirtschaftlicher Ressourcen wie ich in einem Buch darlege das in den kommenden Wochen veröffentlicht wird. Auf die verheerenden sozialen Konsequenzen dieser kriegerischen Zustand brauchen wir nicht mehr viel zu erzählen aber wir müssen feststellen dass es so nicht weiter gehen kann. Und aus meiner Forschung zur Sahelzone merkte ich ähnliche Zustände in den anderen afrikanischen Ländern dieser Zone. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt zu meiner Person ist dass ich einen Christ zweiter Generation bin. Also das heißt dass der erste Christ überhaupt in unserer Familie mein Vater war. Uns wurde er überliefert wie er sich darüber gefreut hat Christ zu werden. Er hat sich darüber sehr gefreut. Und das haben ihm kanadische Missionare ermöglicht die der Überlieferung nach zugängliche und sehr fröhliche Menschen waren die eines Tages in unserem Dorf aufgetaucht sind. Mein Vater war von ihrer Botschaft so überzeugt dass er alle seine Geschwister überreden konnte Christen zu werden. Selbst sein sehr strenger Vater also mein Großvater war sehr streng fing an sich für die neue Religion zu interessieren. Wäre er nicht früh gestorben würde wahrscheinlich auch er getauft werden. So ist in unserer Familie aber auch in vielen anderen Familien in Tschad die Freude Christ zu werden sehr spürbar vorhanden. Und wir bekommen immer noch was von der Neuheit des Christentums zu spüren. Und so gedeiht das Christentum. Das Christentum verleiht vielen Menschen Kraft mitten in unzähligen Herausforderungen des Alltags. Das haben einige Freunde, die mich in Abidjan oder anderswo besucht haben, auch gemerkt. Also sie merken schon der Standort beziehungsweise die Perspektive, aus der diese Vorlesung entstanden ist. Dieser Standort wirkt eigentlich ja, anscheinend wirkt das anders, sieht das anders aus als der Standort, an dem wir in Deutschland gewohnt sind. Aber ich bin davon überzeugt, dass uns viel einigt, je mehr wir ins Gespräch kommen. Ich wünsche also sehr, dass wir vor diesem Hintergrund zu inhaltsreichen Gespräche kommen werden. Und das war auch schon der Übergang zur Vorlesung Identitäten im Konflikt christliche Gemeinschaften in der Sahelzone. Also Sie können auf diesem Bild eine christliche Gemeinschaft in der Sahelzone sehen. und das Bild wurde noch vor kurzem vor ein paar Monate erst nach einer Messe, einer Morgenmesse in Abduyur. Abduyur, das ist ein Dorf im Zentrum der Stadt, das ist in Mongu. Mongu, also das liegt bei Mongu, eine wichtige Stadt, die in der Nähe diesem Dorf ist. Ich war davon sehr beeindruckt, dass eine kleine Minderheit mitten in einer Gegend, wo es Anhänger von traditionell afrikanischen Religionen und Muslimen mehrheitlich sind, dass die fest an christlichen Glauben halten, trotz Verfolgungen, trotz vieler anderen Schwierigkeiten. Das hat mich so beeindruckt, dass ich unbedingt nach der Messe dieses Foto nehmen wollte. Und für mich zeigt dieses Bild eigentlich, worum es geht, wenn wir von christlichen Gemeinschaften sprechen. Aber bevor wir zu den christlichen Gemeinschaften kommen, wollte ich weit weg von der Sahelzone zunächst mal beginnen, und zwar mit Karl Barth. Sie haben sicherlich viele Zitate von Karl Barth bezüglich der ergänzenden Beziehung zwischen Bibel und Zeitung gelesen, hier nur zwei davon. Karl Barth hat mal gesagt, wir haben die Bibel und die Zeitung nötig. Die Zeitung gibt uns den täglichen Bericht darüber, was in der Menschheit vorgeht. Und die Bibel lehrt uns, was diese Menschheit ist, die von Gott so geliebt wird. Dann hat er auch gesagt, wie man beten soll, das steht in der Bibel. Und was man beten soll, das steht in der Zeitung. Warum fange ich mit diese Zitate an? Diese Zitate, aber viele andere noch, andere Zitate noch, sagen, dass der für Karl Barth es sehr wichtig war, in der einen Hand die Bibel zu haben und in der anderen Hand die Zeitung zu haben. Für ihn war es sehr wichtig, Theologie immer im Gespräch mit dem Kontext zu treiben. Also weg aus einem sogenannten Elfenbeinturm Theologie. Das bedeutet eine Theologie, die sich nur mit Binnenthemen beschäftigt, die nicht unbedingt all Menschen, viele Menschen oder andere Menschen interessieren. Also Theologie darf nicht nur eine Binnensprache entwickeln, die nur von Fachleuten verstanden wird und nicht von den anderen Menschen. Theologie sollte stets im Gespräch mit der Außenwelt. Und das ist wirklich sehr wichtig, es ist wirklich programmatisch auch für das, was Theologie im Ende des 20. Jahrhunderts sein wird. Denn hier geht es darum, zumindest im katholischen Bereich, es ging darum, Theologie immer im Bewusstsein des eigenen Kontexts zu betreiben. Also theologische Aussagen sind nicht unbedingt universal zu verstehen. Die haben eine universelle Gültigkeit, klar, aber ihre Bedeutung, ihre Verstehensweise, die Art und Weise, wie man die erklärt oder erfährt, das muss im Bewusstsein des eigenen Kontexts wahrgenommen werden. Das bedeutet wiederum, dass hier, dass wir, also im 20. und 21. Jahrhundert, wenn wir Theologie betreiben, dürfen wir nicht Theologie betreiben, so als ob wir die Einzigen auf der Welt sind. Wir sind immer im Dialog mit anderen. Besonders wenn es um die Theologie geht, da müssen wir immer im Gespräch bleiben. Es ist nicht so dasselbe wie vielleicht, vielleicht andere Fächern. Aber in der Theologie geht es immer darum, den Verkündigungsauftrag immer mitschwingen zu lassen. Theologie, in der Theologie geht es vor allem darum, Rechenschaft zu tragen, Rechnung zu tragen für diese Hoffnung, die in uns Christen liegt, an anderen Menschen, die nicht unbedingt unsere Sprache, unser Horizont teilen. Also es geht immer darum, zu den anderen zu gehen. Also wenn man zu den anderen geht, dann erweist sich automatisch, dass wir tatsächlich mit einem anderen Kontext zu tun haben, vielleicht zunächst mal mit einer anderen Biografie, dann mit einem anderen Kontext, mit einer anderen Gesellschaft und sogar mit anderen Kulturen, die uns vielleicht sehr von uns sehr weit weg sind. Und wenn man Kultur als ein Begriff versteht, dass die Weltsicht der Menschen, die Bedeutung, die der Mensch seiner Umgebung gibt, seiner Umwelt gibt, dann müssen wir auch sagen, dass Theologie immer interkulturell sein sollte. Ich würde sogar sagen, Theologie ist interkulturell, aber das würde ich nicht so ganz deutlich wagen, weil ich weiß, wie die Sache wirklich auch sehr diskutiert ist, aber ich würde schon sagen, sollte interkulturell sein. Vor allem in der katholischen Kirche, denn die katholische Kirche befindet sich auf der ganzen Welt. Katholisch bedeutet allumfassend. Jeder Mann, jeder Mensch aus jeder Kultur kann ein Katholik werden. Die katholische Kirche, die nationale Religion oder keine Stammes Religion. Es ist eine Religion, die offen ist, allumfassend. Insofern muss man auch die Kulturen der anderen berücksichtigen. Aber das war nur eine Einführung und dazu zu legen, in welchen Raum wir uns bewegen. Dann gleich kommt dann die Frage, wieso die Sahelzone? Warum könnte ich nicht zum Beispiel eine Theologie des Tschad anbieten oder eine Theologie, was auch immer ist, eine afrikanische Theologie anbieten? Warum die Sahelzone? Zunächst mal, weil ich in Europa bin und Afrika, vor allem die Sahelzone, ist in der Nachbarschaft von Europa. In den Medien hören wir stets davon, wie es dort geht und man hat den Eindruck, dass es weit weg ist, dass diese Region weit weg liegt. Das stimmt aber nicht. Eigentlich ist die Sahelzone nicht so weit von Europa. Warum? Sie würden vielleicht sagen, zwischen der Sahelzone und Europa liegt doch die ganze Sahara-Wüste. Dann kommt dann das Mittelmeer. Aber eigentlich ist die Sahara eine Kreuzung beziehungsweise ein offener Weg. Es gibt keine strenge sozusagen Grenzen dort. Alle Grenzen sind meistens sehr porös und da sind weite Flächen, wo man tagelang laufen kann, ohne einen Menschen zu treffen. Also wer vom Tschad hier aus nach Europa kommen will, kann zumindest bis hierher kommen. Also an der Küste hier. Ohne Problem, also problemlos kommen. Es gibt keine Polizei an der Grenze, die ihn aufhalten könnte. Offener Weg. Dann geht auch darum, dass in der Sahelzone, sobald man die Literatur über die Sahel liest, dann merkt man immer, dass die Sahelzone immer mit der Klima Klimawandel beziehungsweise klimatische Probleme in Zusammenhang gebracht wird. Und das stimmt. Das ist ein Ort, ein sehr trockener Ort, also hier hat man schon, hier ist schon relativ grün, also hier liegt die sogenannte sudanische Landschaft und unten tropisch und wird dann sehr Regenwald, hier gibt es viele Regenwälder hier, Sahara-Wüste und hier vorne ist fast die gleiche Klimazone wie Südeuropa. Insofern hat man hier vor Augen die Konsequenzen des Klimawandels. Hier ist Klimawandel keine Theorie. Menschen erfahren Klimawandel in ihr tägliches Leben. Also wer wissen will oder wer sogar Klimaskeptiker ist, der sollte einfach nur schauen, wie es sich dort, wie der Klimawandel dort so verheerende Konsequenzen hat. Dann könnte er vielleicht davon überzeugt werden, dass man dringlich wirklich dringliche Maßnahmen ergreifen sollte. Eine andere Thematik ist die Migration. In den Medien erfahren wir sehr viel von Migration und Jahr nach Jahr sehen wir, wie die Zahl der Migranten in Europa steigt. Wie gesagt, von der Sahelzone aus kann man problemlos an den Küsten Afrikas kommen. Das bedeutet, wenn die Probleme, die sich in der Sahelzone heutzutage wahrzunehmen sind, nicht gelöst werden, dann, ob man will oder nicht, werden Menschen nach einer besseren Zukunft anderswo gehen und suchen und da Europa in der Nachbarschaft liegt, dann werden immer mehr Leute kommen. Natürlich haben Rechtsextremisten dann viele Bedrohungen an den Prager gestellt, beziehungsweise in den Medien gebracht, indem sie sagen, wenn es so viele Migranten zu uns kommen, dann wird unser Wohlstand bedroht und unser Sozialsystem wird zusammenbrechen. Das ist tatsächlich ein Problem, aber ein Problem, das man vor Ort schon lösen kann. Also insofern ist das, was sich dort abläuft, wirklich sehr interessant. Also das sollte zumindest Menschen hier interessieren. Ein vierter Punkt ist die Sicherheit. Viele dieser Länder der Sahelzone leben in Unsicherheit. Sie haben aus den Medien schon wahrgenommen, dass islamistischer Terrorismus dort ist und da wir an der Nachbarschaft Europas sind. Das bedeutet also, dass islamistischer Terrorismus an der Tür Europa steht. Und selber, die Sahel Staaten selber sind bedroht. Zerfall Gefahr ist eine Realität vor Ort. Tchadische Soldaten waren in Nord Nigeria, aber auch in Mali an Seite der französischen Armee, um Terroristen zu bekämpfen. Und das hat wirklich sehr viele Tote verursacht. Auf beiden Seiten natürlich. Und man spricht ja nicht von Menschen, die von anders vorher kommen. Das sind teilweise Verwandte, das sind teilweise Cousins, die man tötet, weil die Terroristen geworden sind. Das ist also ein sehr trauriger Zufall und leider sind wir immer noch mittendrin. Und neben der Migration beziehungsweise neben den vielen Leuten, die nach Europa kommen wollen, gibt es auch Afrikaner, die sehr kritisch gegenüber Europa eingestellt sind. Also Stichwort Neokolonialismus Vorwürfe. Vor allem Frankreich steht hier an den Pranger und die Kluft zwischen Europa und Afrika wird immer größer. Dann gibt es auch sehr viel Kritik über die christliche Mission und die christliche Religion. Warum? Weil man meint, dass das Christentum eigentlich die ideologische Vorbereitung des Kolonialismus vor. Ja, Professoren mit vielen Reden und vielen Gesten. Ich hoffe, das ist so. Aber wir müssen unbedingt einen Weg in die Zukunft finden, suchen und finden. Wir müssen uns annähern. das war auch Thema unserer Tagung in Abidjan, also die Tagung, an der auch die Dekanin, also Anja mit dabei war, also Afrika und Europa. Wir müssen unsere gemeinsame Zukunft gestalten und zwar aus einer schmerzhaften Geschichte eine neue Zukunft gestalten. weil wir vor allem Europa ist, natürlich aber auch China, Russland sind an Rohstoffe interessiert, also es gibt sehr viel Erdöl, also Baumwolle in der Sahel, darüber werden wir noch beim nächsten Mal zu sprechen kommen. Also das sind Rohstoffe, die wir nötig haben, auf jeden Fall. also wir müssen gemeinsam eine gerechte Art und Weise finden, an dieses Reichtum zu kommen und unsere Zukunft zu sichern. Aus diesem Grund ist also die Sahelzone interessant für Theologiestudenten in Europa. Wer das nicht sieht, übersieht einen wichtigen Teil der Beziehungen zwischen Afrika und Europa? Also warum interessiert überhaupt, warum müssen wir uns, die Theologen sind, an diese Zone interessieren? Welche Interesse hat die Theologie sich für die Sahelzone zu interessieren? Vor allem zum einen, weil der Glaube ein wichtiger Bestandteil der Identität der Identität der Sahelianer ist. Also zunächst mal der Islam ist überwiegend die Mehrheit der Religion dort und dort spielt Glaube eine wichtige Rolle. Genauso wie im Christentum, aber auch in afrikanischen, traditionellen, traditionellen afrikanischen Religionen. Und so müssen wir Theologen versuchen, der Glaube vor Ort immer näher zu kommen, und zwar im Dialog mit den anderen Kollegen aus anderen Fächern. Denn allein können wir das nicht so gut wie die, die auch methodologisch, vielleicht auch inhaltsmäßig sich dieser Region lange Zeit. Zumal es nicht so viele theologische Versuche beziehungsweise Entwürfe beziehungsweise Theologien überhaupt dieser Region gibt. Insofern müssen wir irgendwie im Gespräch mit Ihnen kommen. Ich persönlich werde mich vor allem unterstützen auf Javach Elam, den Sie vielleicht kennen. Wer kennt Javach Elam nicht? Können wir spielen? Okay. Javach Elam ist ein Theologe aus Kamerun, Süd Kamerun. Er war aber Missionar, Javach ist Priester, wie Sie sagen Priester, ist er als Missionar nach Nord Kamerun gegangen. Und Nord Kamerun gehört schon zur Sahel Zone. Er hat dort unglaublich einen unglaublichen Unterschied, kulturellen Unterschied zwischen seiner Herkos Region und dieser Sahelzone. Er wurde als Missionar dort wahrgenommen und dann hat er daraus aus seiner Erfahrung in dieser Sahelzone eine ganze Theologie entwickelt. Und einer seiner berühmten Bücher, sein berühmtestes Buch wahrscheinlich, das auch ins Deutsche übersetzt worden ist, mein Glaube als Afrikaner. Das Evangelium in schwarzafrikanischer Lebenswirklichkeit. Er ist vielleicht der wichtigste Theologe, der sich mit der Sahelzone befasst hat. Dann spreche ich auch gern mit meinem Lieblings Philosoph und Theologe, Fabien Ebussy Boulaga, auch aus Kamerun. Er ist Philosoph, war Philosoph und Theologe. Seine Ausbildung hat er in Paris gemacht, in Fouvière. Damals hat er noch Vorlesungen von Henri de Lubac gehört, heißt es zumindest. Und dann ist er nach Afrika, also in Kamerun zurück und dort hat er weiter als Philosoph und als Theologe. Über ihn habe ich eben promoviert. Meines Erachtens ist er einer der wichtigsten Denker Afrikas. Meines Erachtens. Vielleicht kennen Sie Achille Mbembe. Genau. Ja. Und Achille Mbembe, das ist der da, er ist einer seiner Schüler gewesen. So, ich versuche auch im Gespräch mit, das sind nur einige, mit denen ich im Gespräch kommen möchte. Gendermäßig wollte ich mehr Frauen reinbringen, aber es war schwierig. Aber ich habe trotzdem eine Frau gefunden, die ist sehr gut, Nathalie Jamp. Nathalie Jamp ist eigentlich eine Aktivistin, aber die, die wirklich sehr, also eine große Hörerschaft in der Sahelzone hat, vor allem, was Neokolonialismus Vorwürfe angeht, Nathalie Jamp. Sie kommt aus Kamerun, ihre Mutter, die Familie wohnt in der Schweiz, die Mutter kommt aus der Schweiz und der Vater aus Kamerun und aus der Schweiz, dann macht sie viele Videos um, viele Kritik und, ja, zu Neokolonialismus in der Sahelzone. Also, der Achille Bimbe, den kennt man ja, er ist einer der bedeutendsten Denker, beziehungsweise Intellektuellen in Afrika heutzutage, er hat den Begriff der Postkolonie mitgeprägt. Wenig bekannt ist vielleicht der Suleyman Bashir Diay, der ist ein Philosoph aus Senegal, Philosoph aus Senegal und für mich ist er wirklich einer der wichtigsten afrikanischen Vertreter einer Philosophie des Islams. Zum zweiten Mal. Zum dritten Mal. Herr Schäffer, Entschuldigung. Achso. Also, er ist einer der wichtigen, also der Philosoph meines Erachtens des Islams in Afrika, vor allem in der Sahelzone Senegal, ein Teil des Senegal gehört auch zur Sahelzone. Valentin Mudimbe und Eduard Said, die beiden gehören zusammen. Eduard Said ist einer der wichtigsten, also ein Literaturwissenschaftler, der den Begriff des Orientalismus mitgeprägt hat, also die Rekonstruktion des eigenen gesellschaftlichen Bildes in den Kolonien. Das hat auch der Valentin Mudimbe für Afrika gemacht und gezeigt, wie in der Kolonialzeit ein gewisses Bild von Afrika hergestellt wurde, geschaffen wurde, als negativen Klischee der Gesellschaft der Kolonialherren. Also es ist auch ein wichtiger und Sheikh Antadiop, ich habe seinen Namen leider nicht drauf geschrieben, Sheikh Antadiop ist ein Ägyptologe und ein Historiker, auch sehr große Hörerschaft in Afrika, in den 50ern hatte er die These aufgestellt, dass die Begründer des Altagyptens schwarze Menschen waren. Das hat wirklich große Aufwürfe, Unruhe in der historischen Welt, beziehungsweise in der Welt der Ägyptologen gebracht, aber mittlerweile können uns Historiker besser viel mehr darüber erzählen. Eine der wichtigsten Figuren überhaupt der postkolonialen Literatur ist Franz Fanon. Er kommt aus den Antillen, also französischen Antillen, ist aber lange Zeit in Algerien als Psychologe beziehungsweise Psychiater tätig gewesen und dort hatte er interessante Bücher, interessante Theorien über die Dekolonisierung, vor allem die Dekolonisierung des Denkens geleistet. Clifford Gears, der ist sehr bekannt in der Ethnologie und vor allem sein Kulturbegriff, mit dem ich gern in dieser Vorlesung arbeite. Und in der Mitte steht auch ein Intellektueller und Begründer einer Sufi-Bewegung in der Sahelzone, eine Sufi-Bewegung, die sehr mächtig ist, vor allem in Senegal. Muridiyah, Sheikh Amadou Bamba. Das ist eine Art Inkulturation innerhalb des Islams. Inwiefern man einen afrikanischen Islam haben kann, da am Beispiel von Sheikh Amadou Bamba werden wir dann sehen, wie es möglich ist. Es gibt natürlich noch viele andere Gesprächspartner, aber wir werden zunächst mal, das sind die wichtigen Figuren, mit denen wir in dieser Vorlesung in Dialog kommen werden. Dann heißt es auch Identitäten in Konflikt. Warum wollen wir von Identität sprechen, weil wir hier in Theologien Vorlesungen sind? Theologie hat immer was mit Identität zu tun. Und wenn man etwas Dauerhaftes machen will, dann muss man immer irgendwie Identität berücksichtigen. Hier sprechen wir natürlich vielmehr über kollektive Identitäten, nicht so sehr um individuelle Identitäten, aber immerhin Identität spielt eine wichtige Rolle, vor allem kulturelle Identität, was auch immer man unter Kultur versteht. Warum? Weil Theologie auf anthropologische und existenzielle Grundfragen eingeht. Also wenn man wirklich grundlegend Grundfragen stellen und beantworten will, dann hat man immer mit Identität zu tun. Denn es geht ja immer darum, den Menschen, den ich vor mir habe oder die Menschen, die wir vor uns haben, zu verstehen und ihnen irgendwas zu vermitteln. Insofern muss man die in ihre Eigenschaften berücksichtigen. Und Theologie thematisiert auch Grunderfahrungen. Also Gotteserfahrungen, Glaubenserfahrungen. Und wir wissen, also alle, die eine tiefgründige geistliche Erfahrung gemacht haben, haben auch gemerkt, wie diese Erfahrung ihre Identität prägt, manchmal sogar ändert. Das bedeutet, ja, wenn man Theologie treiben will, dann muss man auch Identität mit berücksichtigen. also, um eine gewisse Theologie der Sahelzone zu erläutern oder zu entfalten, da muss man immer die Identität der Sahelianer und die Offenbarung in Zusammenhang bringen. Von daher ist Identität wichtig. Aber, warum sollte man Identität in Zusammenhang mit Konflikt bringen? gehört etwa Konflikt zur Identität des Sahelianers dazu? Es gab eine Tagung, ich glaube in Belgien, an der diese These vertreten wurde. Es hat viele Gründe, viele Argumente wurden an dieser Tagung vorgestellt und auch vertreten. Aber an sich ist es schon merkwürdig zu sagen, dass Identität zu einer gewissen Identität, Gewalt, Konflikt zu einer gewissen Identität dazugehört. Was aber, was man aber sagen kann, ist, dass ein Mensch oder Menschen, die stets dauerhaft in einer Gewalt, von Gewalt und Konflikt geprägten Region leben unter Gewalt leiden. Und irgendwie sind sie sehr empfindlich gegenüber Gewalt. Hier spreche ich aus Erfahrung, also ich, der im Krieg geboren ist. Und im Titel steht ja Identitäten und En am Ende in Klammern. Warum spricht man nicht einfach von einer Identität, warum erwähnt man auch die Möglichkeit vieler Identitäten? Wir wollen nicht so homogen vorfahren, beziehungsweise wir wollen Identität nicht unbedingt, also eine seilige Identität nicht unbedingt erzwingen. Es Tatsache ist, dass es viele Identitäten in dieser Seilzone gibt. Also ein Mensch aus dem Sudan, der ist nun mal anders als ein Mensch aus Senegal. Und wenn man ein Tjada mit einem Eritreer zusammenstellt, dann wissen sie nicht, in welcher Sprache überhaupt sie sprechen können. Und ein Mensch aus Niger, der aber Verwandte in Nigeria hat, für ihn ist Nigeria kein Nachbarland. Für ihn gehört Nigeria zu seinem Land. Also Sie sehen, Identitäten gibt es und in unterschiedlichen Kontexten. Deshalb sollten wir auch Identitäten im Plural behalten. Das schließt aber nicht aus, dass es eine sahelische Identität gibt oder sogar im Werden ist. Warum? Weil es zurzeit sehr viele geopolitische Ereignisse in dieser Zone gibt, die Menschen dazu bringt, eine sahelische Identität hervorzubringen. Sie wollen sich neu definieren. Sie sagen, wir haben gleiche Herausforderungen. Islamistischer Terrorismus, aber auch die Frage der Migration. Wir müssen zusammenhalten, um diese Probleme gemeinsam zu lösen. und indem man immer mehr zueinander rückt, entsteht dann eine gemeinsame Identität. Es gibt tatsächlich eine Wille zur Identitätserfindung. Es gibt viele kulturelle Events, Festivals, bei denen man tatsächlich merkt, dass es viele Menschen gibt, die sagen, wir gehören zueinander. Also Identität im Singular, aber auch Identität im Plural. Dann gibt es mittlerweile natürlich auch viele Studien über die Beziehung zwischen Identität und Konflikt, vor allem in den Sozialwissenschaften, gibt es hier vieles zu sagen. Die Konfrontation mit Gewalt ist eine Realität in dieser Region. Also hier, wir haben noch ein bisschen Zeit, ich möchte diese Beispiele ein bisschen kommentieren, damit wir genau wissen, worum es geht, wenn man von der Beziehung zwischen Identität und Konflikt in dieser Zone spricht. Überfälle in dieser Region gab es immer. Wie gesagt, die Sahelzone und die Sahara, das sind offene Türe, das sind Kreuzungen. Seit EU gab es Völkerwanderungen in dieser Region. Schon seit langer Zeit gab es viele Menschen, die aus der Region des Nils, Nilsflusses, nach Westen gezogen sind, die gewandert sind. und ein Teil von dieser Leute sind auch in den Süden eingedrungen. Diejenigen, die im Zentrum geblieben sind, haben viele Königreiche gegründet und das bedeutet also, dass es viel Reichtum in dieser Gegend gab, vor allem Gold. Wo es Reichtum gibt, da gibt es auch Diebe, Straßendiebe vor allem. Überfälle waren normal in dieser Gegend vor langer Zeit. Entführungen gibt es auch bis heute. Viele Priester werden in Nordnigeria, aber mittlerweile auch südlicher entführt. Sie haben wahrscheinlich von den Chiborg gehört. Das sind Mädchen auf einer Schule, die von Terrorismus verschleppt worden sind. Und wir sprechen von mehreren Menschen, also über 100 meine ich, ich habe nicht jetzt die genaue Zahl im Kopf, aber das sind hunderte, die entführt worden sind. Und das Gleiche sieht man heute noch in Burkina Faso. Also das ist etwas, das in dieser Region vorzufinden ist. Dann haben wir auch das, was die Terroristen, islamischen Terroristen Dschihad nennen. Die hat man im Nord Nigeria mit Boko Haram. Boko Haram ist sehr bekannt. Ich wollte nur zu Boko Haram sagen, dass die Menschen, die unter Boko Haram leiden, das sind nicht Christen. Vor allem. Das sind andere Muslime, denen man vorwört, keine echten Muslime zu sein. Das bedeutet, hier in dieser Region, das was Boko Haram an Unheil treibt, ist eigentlich keine interreligiöse Sache, sondern ein intra-islamistisches Problem, also zwischen Salafisten und eher Sufi gemäße Muslime. Ethnicität spielt eine wichtige Rolle und hier hat die Ethnologie natürlich sehr viel darüber geschrieben, also viele Studien seit der Kolonialzeit wurden schon hier verfasst, wir werden wahrscheinlich noch viel darüber zu sprechen kommen, aber neokoloniale Kritik, davon habe ich auch schon gesprochen, Nahrungsknappheit ist auch ein Problem dort. Das sind Umstände, die Gewalt und Konflikt ständig, also stets an allen vielen Menschen dieser Region bringen. Also man kann nicht in dieser Region leben und niemals eine Erfahrung von Gewalt machen oder von Konflikt machen. Natürlich gibt es auch noch die Probleme zwischen Ackerbauer und Viehzüchter, viele andere Konflikt Themen, auf die wir noch zurückkommen werden. Meistens hört man in den Medien von den Konflikten zwischen Moslimen und Christen. Aber dieser Konflikt, muss man sagen, besteht eigentlich vielmehr zwischen Salafisten und Pfingstbewegungen. Die beiden sind extreme Positionen, religiöse Positionen, innerhalb ihrer jeweiligen Religionen. Die Pfingstbewegung hält überhaupt nichts von Ökumenismus oder von interreligiösen Dialog. Es gibt nur eine Wahrheit und diese Wahrheit muss man einfach akzeptieren. Wer diese Wahrheit nicht annimmt, der liegt falsch und weil er falsch liegt, hat er kein Recht. So ungefähr, so grob gesagt, also die Denkweise in den beiden Richtungen. Dann haben wir noch politische und wirtschaftliche Instrumentalisierung der Beziehung zwischen Christen und Muslime, die auch so viele Probleme bringen. Wie ich auch von meinem Land gesagt habe, bis heute meinen viele Politiker, dass das Problem in Tschad ein Problem zwischen Muslimen und Christen sein. Das stimmt natürlich nicht. Aber das wird so immer und wieder gesagt, weil man daraus Nutzen zieht, also Macht, Zugang an wirtschaftliche Ressourcen und so weiter. Aber jetzt müssen wir zurück auf diese christliche Gemeinschaften, die in der Sahelzone leben, zurückkommen. Wer sind die eigentlich? Wer sind diese christliche Gemeinschaften? Ein Mitbruder, Plakate der Vorlesung in St. Georg gesehen hat, hat mich gefragt, von welchen christlichen Gemeinschaften willst du in deiner Vorlesung sprechen? Geht es um die Basis Gemeinschaften? Ich habe ihm gesagt, ja und nein. Ja, weil das kleine Gemeinschaften sind, relativ kleine, die kennen sich alle. Die Leute, die hier sind, kennen sich alle. Das sind teilweise Verwandte, die kennen sich alle. Die leben in der gleichen Umgebung, die kennen sich. Aber die bilden auch die Gesamtheit der Kirche vor Ort. Die sind die Kirche. Also der Priester, der kommt nur einmal, zweimal in der Woche, um die Messe zu feiern. Dann geht er zurück in die Stadt. Die sind diejenigen, die sich dann vor Ort organisieren. Insofern sind das tatsächlich Basis Gemeinschaften, aber auch die Kirche als solche vor Ort. Ja, ich glaube, er war nicht ganz einverstanden mit mir, aber es ist immer so bei Jesuiten, insofern habe ich das so gelassen. Also, die christlichen Minderheiten, die bilden also eine christliche Minderheit, die aber sehr gut integriert ist, weil man eben unter Verwandten lebt. Man lebt unter Verwandten. Dennoch wird der Beitrag dieser christlichen Gemeinschaften nicht genügend gewürdigt. Was meine ich damit? Ein Kind, der in einer christlichen Familie hier wohnt, wenn er dann zur Uni gehen muss, also nach der Abitur, dann muss er in die Hauptstadt in Germena und in der Hauptstadt wird er bei Onkeln leben. wohnen, die Muslime sind. Also der Druck ist sehr groß auf sie und am Ende viele von dieser halten es nicht aus und die werden einfach Muslime, um einfach Ruhe zu haben. Verwandtschaft spielt eine wichtige Rolle. So wichtig, dass man eher seine Religion verlassen könnte, als von der Verwandtschaft sozusagen also nicht nur von der Verwandtschaft hören will. Also es ist wirklich sehr wichtig. Dann wollte ich auch sagen, dass wenn man von christlichen Gemeinschaften spricht, dann geht es natürlich nicht nur um diese kleine katholische Gemeinschaft in der Sahelzone, es gibt natürlich auch viele andere kleine Gemeinschaften, vor allem in der evangelischen Kirche, es gibt auch viele Pfingstkirchen, die dort viel viel engagierter, dynamischer sind und die auch viele Leute für das Christentum gewinnen können, auch Muslime, viele Muslime. Von daher, wenn wir eine Theologie, die vor diesem Hintergrund vorstellen wollen, dann müssen wir auch eine entsprechende Grundfrage haben, das ist keine spezifische Grundfrage, das ist die Grundfrage aller, die man gewöhnlich in der Fundamentaltheologie so stellt, wie kann man Rechnung für den christlichen Glauben tragen, und zwar in dieser Zone, vor dem Hintergrund dieser Eigenschaften, wenn man eine Minderheit in einer gefährlichen Region lebt und wirkt, das ist die Frage. Theologie ist immer Gespräch, vor allem Gespräch mit anderen Theologen, aber auch Gespräch mit anderen, mit dem Lehramt im Fall der katholischen Theologie und in unserem Fall Gespräch mit anderen christlichen Gemeinschaften in Afrika und außerhalb des afrikanischen Kontinents. Denn es geht ja immer darum, im Dialog mit den Andersgläubigen oder mit denjenigen, die wie uns auch zur gleiche Kirche gehören, dass wir immer im Dialog bleiben, denn das gehört dazu. als Vorgehensweise wollte ich, habe ich eigentlich, habe ich mich sehr von der französischen Sozialbewegung inspirieren lassen, also sehen, wahrnehmen, urteilen und handeln. Das wurde auch in der Befreiungstheologie übernommen beziehungsweise weiterentwickelt. Ich habe mich davon inspirieren lassen und wollte zunächst mal den Kontext wahrnehmen. Was meine ich damit? Es geht nicht nur um eine teilnehmende Beobachtung, wie man so schön in der Ethnologie sagt. Es geht vor allem darum, zu sehen, wie die Dynamiken vor Ort zu verstehen sind. Also, aus einer Innenperspektive aber auch aus einer Außenperspektive und hier habe ich auf den Begriff des Professoren Mamadou Djawara, der meine Magisterarbeit in Ethnologie betreut hat, ja übernommen, Osmose der Sicht weisen, l'osmose der regard. Also, inwiefern eine Innenperspektive und eine Außenperspektive sich zusammenfinden können und ein besseres Bild des Ganzen schaffen können. Das ist das, was ich unter Osmose der Sichtweisen verstehe. Das hilft uns nicht nur rein subjektivistisch zu argumentieren beziehungsweise die Lage darzustellen. Wir wollen zwar nicht die komplette Objektivität erreichen, aber immerhin irgendwie nicht im eigenen Subjektivität gefangen bleiben. Von daher habe ich diese Methodologie übernommen und ich hoffe, dass Sie auch das schätzen werden im Laufe der Vorlesung. Aus dieser Wahrnehmung möchte ich dann Schlüsselthemen Interdiszipline herausnehmen und analysieren. Diese Themen, das ist keine Überraschung, aber Sie werden schon im Laufe der Vorlesung merken, welche Themen es sich darum handelt. Also die wichtigsten Themen natürlich. Wir können natürlich nicht alle Themen behandeln, aber die wichtigsten zumindest. Aus unserer Sicht. Aus dem, was wir wahrgenommen haben. Und erst dann kommt eine theologische Stellungnahme. Seit ein paar Jahren habe ich mich um eine gewisse Theologie des Vertrauens gekümmert, beziehungsweise versucht, das zu vertiefen. Was meine ich unter Theologie des Vertrauens? Es geht nicht nur um eine naive Vorstellung der zwischenmenschlichen Beziehungen, nein. Es geht nicht nur darum, naiv den anderen wahrzunehmen und sagen, ja, wir gehören zusammen, es ist zu schön, zusammen zu sein, wir müssen uns gegenseitig vertrauen. darum geht es überhaupt nicht. Es geht vor allem darum, dass man auch wirklich sieht, wie grundlegend die Frage nach der Autonomie für viele christliche Gemeinschaften in der Sahelzone wichtig ist. Politische Autonomie, hier spiegelt sich wieder die Problematik des Neokolonialismus Vorwürfe. Wirtschaftliche Autonomie in vielen Kirchen in der Sahelzone spricht man von Autonomie, also, dass wir nicht immer die Hand nach Europa oder anderswohin ausstrecken und nach Geld bieten, sondern, dass wir auch vor Ort irgendwie an Geld kommen, an Ressourcen kommen, die uns irgendwie selbstständig machen. und auch Autonomie bezüglich des Eigenen nicht beherrschen, sondern, dass wir unsere eigene Welt bewohnen, also im richtigen Sinne des Wortes, dass wir Teil unseres Kontexts werden, indem wir die Grundprobleme dieses Kontexts auch lösen, tatsächlich lösen. Dass wir einfach nicht nur sagen, ja, es ist besser, aus Afrika raus zu fliehen und extravertiert zu sein. Insofern, wenn man von Vertrauen hier spricht, dann spricht man von der nächsten Stufe nach einer reinen reaktionären Autonomie Verständnis. Ich hoffe, dass Sie am Ende der Vorlesung dann das auch ja, ich bin gespannt, weil das ist wirklich das erste Mal, dass ich das auch vorstelle beziehungsweise darlege und man, also die Gliederung haben Sie schon vor sich, die, wenn Sie noch keinen Flyer haben, gibt es ausreichend Flyers hier. Ja, ja. Ja. Also heute war die Einführung und beim nächsten Mal werden wir unsere Osmose der Sichtweise richtig anwenden, die Sahelzone heute und früher. Wir haben grob, also wirklich grob gesagt jetzt von der Sahelzone gesprochen, aber vielleicht ergibt sich noch kein konkretes Bild von den Herausforderungen dieser Region. Darum werden wir uns beim nächsten Mal kümmern. Welche Herausforderungen sind heutzutage in der Sahelzone wahrzunehmen? Und dann werden wir auch eine diakonische Sichtweise beziehungsweise eine historische Sichtweise dann im Nachhinein vorschlagen. damit wir die heutigen Erfahrungen besser verstehen. Denn man versteht das, was sich heute abläuft in der Sahelzone nur, wenn man auch die Geschichte, die dahinter steckt, auch einigermaßen kennt. Darum wird es gehen bei der nächsten Sitzung. Dann werden wir über die sahelische Identität oder Identitäten in einer globalen Welt sprechen. Hier geht es darum, das, was ich als sahelische Identität, also im Werden verstehe, auch näher zu erläutern, zu beschreiben. Und inwiefern diese Identitäten, inwiefern innerhalb dieser Identität Identitäten zu finden sind. Und das wiederum in der breit gefassten Globalisierung oder Globalität Verständnis. Bei der vierten Sitzung werden wir von den christlich-muslimischen Beziehungen in der Sahelzune sprechen. Ich gucke auf die Uhr, Professoren sprechen viel, aber ich hoffe, dass ich nicht zu langweilig bin. Also wenn Sie Fragen haben, dann gleich. Wir werden gleich Zeit haben für Fragen. Also wir werden auf christlich-muslimische Beziehungen in dieser Sahelzone eingehen. Dann, um die christlichen Gemeinschaften vor Ort auch besser zu verstehen, dann möchten wir bei der fünften Sitzung von der Missionsgeschichte im Sahel sprechen. Wie es dazu kam, dass wir kleine christliche Gemeinschaften in dieser überwiegend muslimischen Teil der Afrikas haben. Dann wollen wir auf die Gegenwart christlicher Gemeinschaften im Sahel eingehen. Also was ist der konkrete Zustand, die konkrete Lage dieser christlichen Gemeinschaften in dieser Region? Welche Herausforderungen die vor allem man hat viel von Verfolgungen gesprochen, man hat natürlich viel auch von Diskriminierung gesprochen. Was ist die Realität vor Ort? Das wird dann bei der sechsten Sitzung stattfinden. Wer die Sahelzone besser verstehen kann in eher geopolitischen und internationalen Gefüge, der muss auch was von der Kritik postkolonialer und pan-afrikanistischer Diskurse zur Identität und Konflikt im Sahel verstehen. Was ist Postkolonie? Postkolonie ist ist der Zustand von ehemaligen kolonisierten Staaten, die aber nicht tatsächlich souverän geworden sind, also unabhängig geworden sind. Es gibt Dynamiken, bei denen man tatsächlich ehemalige Kolonien immer noch irgendwie unter Kontrolle haben kann. und die sind sehr, 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 wie sagt man so schön auf Deutsch, durchdacht, also wirklich gründlich, also das muss man auch irgendwie wahrnehmen und wahrhaben. Und was ist Pan-Afrikanismus? Pan-Afrikanismus ist eine Bewegung, die alle Afrikaner, ob sie in Afrika sind oder in der Diaspora zusammenbringen, also ideologisch gesehen. Und die Ursprünge des Pan-Afrikanismus findet man sowohl in Afrika als auch in den USA, während der Bürgerrechtsbewegungen in den USA seit Ende des 18. und 19. Jahrhunderts bis zu den heutigen Tagen. Also die beiden Diskurse, also ideologischen Diskursen, spielen eine wichtige Rolle in der Art und Weise, wie die Leute vor Ort, auch Christen, ihrer Umgebung, ihrer Zustand verstehen. Also wir wollen eine Kritik, dieser Kritik auch machen. Also nur mal gucken Sie, ob es wirklich stimmt, alles was die Aktivisten da sagen. Wir wollen das auch wissenschaftlich irgendwie an die Sache ankommen. Bei der achten Sitzung geht es darum, die sahelische Identität und die christliche Identität zusammenzubringen. Sie wissen ja, das, was man afrikanische Theologie nennt, ist eigentlich die Suche nach einem gewissen afrikanischen Verständnis vom Glaube. Aber was bedeutet das? Muss man, und das war die Frage, die zu Beginn der afrikanischen Theologie war, muss man unbedingt Europäer werden, um dann Christ zu werden. Weil es ging ja darum, immer zu sagen, das war wirklich sehr beeindruckend. Als ich nach langer Zeit wieder nach Deutschland kam, und mit Augen eines Theologen, da habe ich besser verstanden, was Weihnachten bedeutet. Also wenn man Weihnachten im Schnee, also in der Familie, dann hatten man vielmehr, versteht man vielmehr, was es bedeutet, ein Kind auf die Welt zu bekommen. Und umgekehrt, eine französische gute Freundin kam zu uns in den Chat und war bei Weihnachten bei uns. Zum ersten Mal musste sie Weihnachten ohne Schnee, ohne Familie um sich feiern. Das war wirklich eine nicht schockierende Erfahrung, aber eine neue Erfahrung von Weihnachten. Insofern sind alle unsere liturgischen Feste irgendwie mit unserer Lebenswirklichkeit in Verbindung. Insofern muss unbedingt unser Selbstverständnis mit unserem Glauben in Zusammenhang gebracht werden, bevor man überhaupt von Theologie spricht. Und das war die Frage, die am Anfang der afrikanischen Theologie stand, und darüber werden wir auch sprechen, inwiefern kann man eine sahelische Identität und eine christliche Identität zusammenbringen. Ich glaube, das ist auch Teil des Themas des THI Talks. Als Sahelianer anders glauben, muss man als Sahelianer genauso glauben wie der Römer oder wie der Frankfurter? Das sind so Fragen. Gibt es unterschiedliche Arten und Weise, Christ zu sein? Offenbarung interreligiös, also Fragezeichen, ich habe Fragezeichen geschrieben, weil ich schon viel Kritik vorab sozusagen, mich vor viel Kritik vorab wehren möchte, Offenbarung interreligiös, das klingt komisch, aber irgendwie müssen wir doch ins Gespräch kommen. Inwiefern sind unsere Offenbarungsverständnisse im Dialog zu bringen? Ob man Muslim ist, ob man Christ ist, gibt es ein Offenbarungsverständnis in afrikanisch traditionellen Religionen? Kann man im Gespräch mit diesem Offenbarungsverständnis dann kommen? Das sind so Fragen, die wir uns dort stellen werden. Und dann kommt eine Reihe von Erläuterungen der Theologie des Vertrauens. Jetzt habe ich lange Zeit geredet. Ich möchte jetzt ein bisschen Zeit, obgleich es nicht viel Zeit übrig bleibt, zur Verfügung stellen, damit Sie Fragen oder Rückmeldungen oder Anmerkungen haben. Vielen Dank. Applaus und zwar ist es so, dass bei muslimischen Feiern viele Christen dazukommen und umgekehrt. Also auf Ebene der Bevölkerung selber in vielen Ländern, vor allem im Tschad, aber auch in Mali und Burkina Faso gibt es an sich an der Basis keinen Konflikt als solche. Es entstehen Konflikte an der Basis, wenn es darum geht, für einen Christ zum Beispiel in eine rein muslimische Gegend zu kommen. Dort wird der Christ wirklich unter Druck gesetzt. Also hier spreche ich zum Beispiel vom Tschad, wo es eine kleine christliche Minderheit im Zentrum des Landes gibt und das Bild, das Foto, das ich gezeigt habe, die gehören zu dieser Gemeinschaft. Bei denen ist es wirklich sehr, 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 sehr unangenehm, als Christ in der Hauptstadt unter Verwandten zu leben. Aber diese Lage ist leider so, weil die Politik irgendwie dann reinkommt. In der Geschichte des Tschad zum Beispiel gab es Politiker, die einen Konflikt zwischen Christen und Muslimen sozusagen erzeugt haben. Der eine sagt, ich bin der, ich bin hier, ich treibe hier Politik für Muslimen stellvertretend. Und umgekehrt, ein anderer sagt, ich bin hier für Christen und für Angehörige von traditionellen afrikanischen Religionen. Aus dieser politischen Problem ist dann sozusagen ein soziales Problem geworden, so dass man heute zum Beispiel in der Hauptstadt dass man jetzt christliche Stadtviertel hat, also grob gesagt und muslimische Hauptstädte. Und es ist so ja traurig, dass wenn ein Christ sich was weiß ich mitten in der Nacht in einer muslimischen Stadtviertel wiederfindet, dann fühlt er sich nicht wohl. und das wäre auch umgekehrt, wenn es wenn anstatt muslimen Christen an der Macht wären. Das sind so Dynamiken, die worauf wir auch in die Vorlesung eingehen werden und die unterschiedlichen auch viel wirklich die Unterschiede der Region entsprechend auch wahrnehmen werden, sei es im Schad, also in Zentralafrika und Sudan eher oder in Westafrika wo die Sufi-Bewegung also die Afrikanische Sufi-Bewegung viel stärker ist. Das ist je nachdem. Das würde ich sogar für ganz Schwarzafrika behaupten, denn selbst in Südafrika ist dieser Vorwurf sehr sehr stark. das eine der Lieder Julius Malema spielt auch eine wichtige Rolle in dieser Hinsicht. Tatsächlich ist es so, dass viele Afrikaner meinen, wir müssen das Christentum als Ideologie verstehen, die die Kolonialismus oder Neokolonialismus vorbereitet oder befestigt. Wenn wir von Kolonialismus oder Neokolonialismus weg wollen, dann müssen wir auch alles, was vom Christentum herkommt, entfallen lassen. Das bedeutet, wir müssen zurück zu unserer traditionellen Religion und hier spielen viele Ideologien eine wichtige Rolle und meines Erachtens ist eine, ich nenne das Ideologie, aber vielleicht würden viele nicht damit einverstanden sein, Afrocentrismus. Das wurde von Molefi Assante in den USA vor allem sehr stark entwickelt, aber hat auch eine gewisse Rezeption, eine starke Rezeption sogar in Afrika und ein Ägyptologe, also Historiker, er ist vor kurzem gestorben, Umutunde heißt er, er sagt einfach, alles was im Christentum zu finden ist, kommt eigentlich aus Afrika. Also das ist schon ein bisschen sehr, ich meine, wenn man ihn hört, sind die Argumente irgendwie doch nicht einfach, die sind schon seriöse Argumente, aber ob man das auch so, das einfach so hinnehmen, also akzeptieren soll, da bin ich ein bisschen so, das ist eine Bewegung, die ganz über ganz Afrika geht und mein Autor, und damit mache ich Schluss, der Lagarde, er kritisiert das ganz stark, darauf werden wir noch in der entsprechenden Sitzung zurückkommen, zu Kolonialismus und Pan-Afrikanismus Kritik. Also viele Beobachter sagen, viele Afrikaner sind, also entweder Muslime oder Christen, aber alle gehören zu Afrikanisch Traditionellen Religionen. Was ist damit gemeint? Ob man Muslim ist oder Christ ist, erfährt man oder erlebt man diese Religion aus der religiösen Basis der Afrikanisch Traditionellen Religionen. Darüber werden wir auch im THI Talk sprechen und vielleicht eines ist noch wichtig zu sagen, viele traditionelle afrikanische Religionen fühlen sich dem Christentum viel näher als dem Islam. Es ist komisch, aber als der Islam in Afrika im 9. Jahrhundert kam, war das wirklich akzeptiert von vielen, weil es viele Überlappungen gibt. Aber mittlerweile ist es so, dass viele Anhänger der traditionellen afrikanischen Religionen sich vielmehr dem Christentum, vor allem dem Katholizismus näher fühlen. Ich habe selber einen Priester der afrikanischen Traditionellen Religion besucht in den Ferien und er hat uns alles gezeigt, was er normalerweise anderen nicht zeigt, weil wir Priester Katholiken waren. Also es gibt eine gewisse Nähe. Das Gleiche würde ich nicht von seiner Beziehung zu den anderen Religionen vor allem mit dem Islam behaupten. Ja, ich denke auch diese Frage zeigt schon, dass viele Fragen jetzt aufgebrochen sind, die im Laufe der Vorlesung noch behandelt werden. Das zeigt aber auch weiter an, dass die Einführung gelungen ist, wenn diese Fragen aufkommen bei der Zuhörerschaft. Vielen, vielen herzlichen Dank auch nochmal für diesen gelungenen Auftakt. Du hast mit dem Dank begonnen. Ich möchte mit dem Dank schließen auch an mein supertolles Thema, das im Umfeld Vorfeld der ganzen Therapie Problematik sehr viel getan hat und das jetzt auch den kleinen Empfang im Raum IG 1513 vorbereitet hat, wozu Sie noch herzlich einladen, also ein paar Gläser stehen bereit, ein paar Menschen die jetzt nicht noch mehr Veranstaltungen haben, sind also auch herzlich eingeladen. sich noch anzuschließen und das Gespräch etwas fortzusetzen und dann hoffe ich, dass Sie alle so möglich sind in den nächsten Wochen zu allen Veranstaltungen von der immer wieder gerne kommen und wir das Gespräch und vor allem die Themen vertiefen und angekommen. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Für die Studierenden auf diese beiden Bücher hinweisen, für die nächste Sitzung könnte das sehr hilfreich sein. Das ist zum einen vom Enkelsohn von Heile Selassie geschrieben, er wohnt hier in Frankfurt, genau, genau, ja, und das ist hier von Ulrich Schwarz geschrieben, er ist Lehrer in Rheinland-Pfalz, aber hat sich viel mit der Migration beschäftigt. Das werden wir auch auf Moodle aufladen, also ein paar Kapitel davor. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.